Ich mache Weiblichkeit abhängig von mehreren Faktoren. Ich denke, dass Weiblichkeit eigentlich Sinnlichkeit bedeutet, Raumgebend, Beziehung, Zärtlichkeit, Emotionen. Das haben Frauen besser drauf als Männer und dementsprechend würde ich es als weiblich kategorisieren. Natürlich auch eine gewisse Optik. Ich kann einen Mann von einer Frau unterscheiden, das tue ich aufgrund von körperlichen Merkmalen, also von daher lange Haare, Brüste, Arsch. Das wäre für mich eine Frau, aber es ist nicht Weiblichkeit. Ja, das Umdrehen ist ja, würde ich sagen, Männlichkeit, also maskuline Attribute. Es ist schwierig in den heutigen Zeiten, wandelt sich das alles? Jeder hat eine andere Definition davon. Verschiedene Geschlechter kommen hoch und es bricht ja dieses Mann-Frau-Verhältnis eigentlich viel auf. Da ich so aufgewachsen bin und von der Gesellschaft geprägt worden bin, würde ich immer sagen, männliches Verhalten ist meistens dominantes Verhalten, stärkenorientiert, wenig Schwächen offenbarnend, ja, rigide vielleicht manchmal. Das würde ich, das sind aber negative Attribute. Ich glaube, dass mehrere Attribute in Menschen drin sind und die Gesellschaft ist erlaubt, das mehr zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass ganz viele Leute das in sich haben. Jeder Mann hat eine weibliche Seite in sich. Ich unterhalte mich am liebsten mit Frauen. Also es gibt ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Nähe, ein ganz anderes Dasein und ich glaube, dass Frauen mir beigebracht haben, eine emotionale Intelligenz zu entwickeln. Das wäre Weiblichkeit auch für mich. Weil wir das nicht erlten. Vielen Dank.